ja bei der Lone hat sie kommt zurück zu Abschluss sagt es ist die vier Black Flag ich habe mich in der letzten Folge besprochen wieder Richtung Hauptmission gegeben sie geht nicht ich muss jetzt mal schauen worum es hier geht ich bin ich auch noch nicht ganz klar so habe ich mir gesehen dass ich hier Piraten retten muss ich habe keine Aufbomben mehr so ich habe es befreit die schnappe ich mir ich könnte mal gucken ob die auch von uns bei sich Kugeln voll Schlafpfeiler was mit euch habt ihr was für mich Kugeln voll hm Kugeln 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 Rauchbomben was ist für mich Kugeln 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 Ok, ok. So, wir nehmen uns mal einen nach dem anderen Spiel. Ihr seht, ich habe mich wieder eingespielt, wenn ich das nicht geht. So, jetzt haben wir die Leichen gefunden. Und die zwei nicht. Ich muss die ganze Insel klären, ohne entdeckt zu werden. Das ist auch mal was. So, hier hätten wir noch einen roten Pfeil. Der hat eine Leise geschickt. Zack. Ah, hier liegt der Kadaver. So. graduated, hat meine Kraft noch nicht das werden. Hallo oder padre? Na, ne, hab ich nicht mehr. Irgendwann mal wirklich. Dann überhaupt nicht. Oh. umschiffen wir mal aber einen ich bin hauptwissen wir könnten ja noch was es ein neues gibt Zucker für 700 Reales verkauft? 15.000 Reales verkauft. Ok. Jackdoor Upgrades. 15.000 Reales verkauft. Breitseitenkanonen. Stärke des Rammsporns. Stärke der Kettengeschosse. Mörser. Mörser ist gut. Mörser ist richtig gut. Kommt das machen wir. Was solls. Wir brauchen wieder Geld. Und wo kriegen wir Geld? Bei unserem Seeplatten. Ok ist nicht so viel. Aber leppert sich im Endeffekt auch zusammen. So Missionen verfügbar. So. Eine Seeschlacht machen. Na ich wäre dann lieber mal für hier oben. Eigentlich. Zwei Missionen verfügbar. Europa. Ok wir machen erstmal hier. So. Schiff auswählen. Die reparieren wir mal. Nein. Ach Mist. So. Vielleicht können wir doch noch gewinnen. So. Jetzt brauchen wir noch die Brick versenken. Wir haben daneben geschossen. Neuer Status. Riskant. Sehr schön. Missionen anzeigen. 800. Ja die nehmen wir doch oder? So die reparieren wir jetzt erstmal. So. 90% hat man jetzt. Die reparieren wir. Ihr kennt ja mittlerweile das Spielchen hier. So wir bräuchten die Brick hier. Und die würde ich auch auslaufen lassen. 100%. Ja. Für 800 reales. 600 reales nehmen wir hier. Geheime Medizin. 90%. 90%. Ja das müssen wir ja auch reparieren. Und schicken wir auch gleich los. So. Nochmal 700 reales. Also ihr seht hier ist wirklich Geld drinnen. 100% die HMS Merlin. Ne. Die schickt man doch gleich mal los hier. Unsere Brigatte. Rettet die Kinder. 600 reales. 100%. 100%. 100%. Und die A10er schickt man auch noch los. Ja, haben wir doch. So. Und die A10er schickt man auch noch los. Unsere neuen Mörser. Da stehen sie. was ist das denn das ist ein fuhr gehört das uns er ist am ruder nach und die haupt das war das mit mir 3 2.000 die und wir probieren geben den befehlten so können wir gleich mit so neuen Mürze testen das ist ein Wahnsinn das war hier alle Wachtwürden gleich alle Beine nein ich bin die 2 die roten jäger sind uns auch schon dann gibt es doch auch nicht die hauptmussion die feuerversicherung Toll! So, Stohle nachladen. Gut. Schwerdaten, raufdornen und abgedrtern. Oh, meine eigenen Leute hier nicht. Nee. Aber raufdornen und abgedrückt, oder? Dann muss die so auseinander schnitzeln. Zack! Wir verringern am besten eine Handelspartei. Dann haben wir die anderen Schiffe noch auseinander drüben. Schöpfung, das ist okay. Meine Möse haben sich reingehunden. ganz gut so weiter geht's an die Leine von Viren und Fahrt aufnehmen Hauptsegel setzen zum Wind Jungs tolle Segel Bewegung Drehsegel raus so die Ramm einfach weg halte Bilder aber wie haben wir denn diesen Ramm-Spurm so, da hinten sind noch zwei nehmen wir alles mit, das beieinander unser Jackdaw mit den schwarzen Segeln ja, so langsam machen wir uns hier einen Namen so, den Ramm dann auch einfach weg hier ja gut ja gut vielleicht haben sie auch ein bisschen mehr geladen was wir brauchen können ich schieße halt immer schön da rein so ja was ist das so ich steig es ist die die sind Na ja! Kleine Britten! Wir haben gar nicht hier! so so und und Randsporn ein doch wir haben den von Wolfering das ist das ist der Ausdruck bis dahin ich wünsche euch einen schönen Abend und tag je nachdem man das Video schaut bei der Kapitano